Trotz steigender Infektionszahlen haben am Wochenende in Berlin Tausende aus ganz Deutschland gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen demonstriert. An die Abstandsregeln hat sich kaum einer gehalten. Mund-Nasen-Schutz war eher eine Randerscheinung. Aus Hockenheim bin ich, aus Baden-Württemberg. Da ist es schon wie im Krieg. Auf dem Bahnhof ist das dort wie im Krieg. Und jetzt wollen wir die Kinder uns wegnehmen, wenn wir keine Masken tragen. Zunächst zogen laut Polizei am Samstag seit dem Vormittag etwa 17.000 Menschen durch die City Ost. Auf einer anschließenden Kundgebung unter dem Motto, das Ende der Pandemie, Tag der Freiheit, auf der Straße des 17. Juni zählte die Polizei etwa 20.000 Teilnehmer. Die Veranstalter und auch einige Demonstranten nannten andere Zahlen. Heute sind hier 1,3 Millionen Menschen. Nach Auflösung der Kundgebung durch die Polizei weigerten sich Tausende der Demonstranten, den Ort zu verlassen. Es kam zu Sitzblockaden. Dabei wurden laut Polizei 18 Beamte verletzt. Ich habe die Menschen gebeten, nach Hause zu gehen und zu deseskalieren. Und das wollte die Polizei offenbar nicht. Die Polizei war mit etwa 1.100 Leuten im Einsatz. Trotz der offenkundigen Verstöße gegen die Hygieneregeln schritt die Polizei über Stunden nicht ein. Das zurückhaltende Vorgehen der Einsatzkräfte begründete Polizeisprecher Thilo Kablitz mit der Vermeidung von Panik. Am Sonntag dann trafen sich etwa 600 Demonstranten vor dem Brandenburger Tor. Auf der Bühne sprach auch Verschwörungsbuchautor Thorsten Schulte. Der weigerte sich etwa, einen Mundschutz anzuziehen. Die Teilnehmer setzten sich an beiden Tagen zusammen aus Corona-Leugnern, Verschwörungsideologen, Impfgegnern, friedensbewegten Esoterikern und Rechtsextremisten. Wissen Sie uns, wer das ist? Schönen Sie euch, Herr Reichertreminier! Schönen Sie euch nicht! Berlins Bürgermeister Michael Müller sagte unterdessen bezogen auf die Hygieneregeln, dass es ihn maßlos ärgere, dass Menschen aus ganz Deutschland nach Berlin kommen, um hier ein Demonstrationsrecht auf Grundlage von Hygieneregeln wahrzunehmen, das sie dann missachteten. Größer Michael Müller